Namaste und Namaskar. Heute möchte ich dir gerne zeigen und zwar im Detail, wie du aus einer einfachen Weihnachtskugel eine magische Hexenkugel erstellen kannst. Und ich habe mir gedacht, das zeige ich dir wirklich im Detail und entsprechend habe ich die Kamera ganz anders eingestellt als sonst üblich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch diesmal wieder ein paar Rückmeldungen bekomme. A, wie dir diese Art der Präsentation gefällt für eine solche Zauberei und natürlich auch, wie es dir überhaupt gefällt und was für dich vielleicht auch noch in diesem Zusammenhang an Fragen auftaucht. Dazu noch ein Hinweis, den ich bewusst noch einmal wiederhole. Wenn ich feststelle, dass bestimmte Fragen sich häufen und tatsächlich hier in diesem Video irgendetwas nicht ausreichend gut erklärt worden ist, dann werde ich das nachreichen. Wahrscheinlich am allereinfachsten dadurch, dass ich einen Kommentar hier unter das Video setze und diesen Kommentar dann ganz oben anpinne. Also wenn du eine Frage hast, dann guck mal, ob diese Frage vielleicht von mir schon beantwortet worden ist. Ich hoffe natürlich, dass es gar keine Fragen gibt und dass du auch aktiv mit dabei bist, wenn es jetzt darum geht, aus der Weihnachtskugel eine Hexenkugel zu machen. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ja, nun ist es endlich soweit und wir können mit unserer ersten Zauberei beginnen. Und du siehst, ich habe mir überlegt, wie ich dir das am besten präsentieren kann. Wenn ich nur davon spreche, dann ist das vermutlich sehr viel schwerer nachzuvollziehen. Und so hast du auch ein Bild und ich kann dir alles zeigen, was ich hier tue. Und du kannst es, wenn du möchtest, eben auf diese Art und Weise ganz leicht nachzaubern. Ja, lassen wir uns vielleicht am allerbesten damit beginnen, dass ich dir alles kurz zeige, was wir hier auf unserem Tisch zu finden haben. Und ich beginne mal ganz außen. Ich habe hier eine Kerze, das ist eine weiße Kerze, die brennt auch schon. In dieser bin ich wirklich Bestandteil des eigentlichen zauberhaften Arbeitens, sondern sie begleitet uns sozusagen auch als eine Flamme, die wir verwenden können, um beispielsweise etwas zu räuchern, um beispielsweise aber natürlich auch die Atmosphäre ein bisschen zu verändern. Eine Kerze schafft immer eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, und wenn wir außen weiter schauen, siehst du, ich habe hier einen Mörser, den werden wir noch brauchen. In diesem Mörser, siehst du, befindet sich ein Blatt Papier. Ja, da kommen wir auch noch dazu. Hier habe ich ein Räucherstäbchen vorbereitet mit einer entsprechenden Halterung. Und vielleicht sage ich ganz kurz gleich etwas ganz grundsätzlich mal zu Räucherstäbchen. Auch Räucherstäbchen sind nicht gleich Räucherstäbchen. Es gibt sehr große Unterschiede, nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Zusammensetzung. Und dieses Räucherstäbchen beziehe ich unmittelbar von jemandem, von dem ich weiß, dass er diese Räucherstäbchen per Hand herstellt. Und in diesem Fall haben wir es mit dem Räucherstoff Drachenblut zu tun. Wofür wir das brauchen, das wirst du dann gleich noch sehen im Laufe unserer gemeinsamen Zauberei. Ja, und dann haben wir die zentralen Utensilien hier in der Mitte des Tisches zu liegen. Und die will ich dir natürlich auch ganz kurz vorstellen. Da wäre zunächst einmal sehr unspektakulär ein Kochlöffel. Inwieweit wir den wirklich nachher noch brauchen, wird sich herausstellen. Möglicherweise reicht uns auch der Mörser. Aber das werden wir sehen. Ich habe jedenfalls einen Holzkochlöffel hier, den ich dann speziell für magische Arbeiten verwende. Ganz grundsätzlich ist es eine gute Idee, die Gegenstände, die du verwendest, um magisch zu arbeiten, wirklich auch nur für deine magischen Arbeiten zu verwenden. Sie bekommen sozusagen im Laufe der Arbeit auch eine magische Aufladung. Und von daher beispielsweise ist es auch eine gute Idee, dass du nicht jedem anderen deine magischen Gegenstände in die Hand gibst. Aber wir werden über diese Thematik auch noch sprechen. Ja, dann bleiben wir mal bei einem ähnlichen Utensil. Das ist auch ein spezieller Löffel, den ich verwende für magische Arbeiten. Schau her. Er ist sehr speziell, ist extrem schwer. Und ja, ich verwende ihn, wenn es um das Portionieren geht. Er ist zwar aus Metall, aber ich kann ihn trotzdem in vielen Fällen verwenden. Es gibt bestimmte Stoffe, die mögen Metalle nicht. Aber bei diesem Löffel hier handelt es sich auch um eine sehr spezielle Metallmischung. Und von daher eignet er sich sehr gut für meine magischen Aktivitäten. Ja, dann habe ich hier ein Öl, das Lavendelöl. Das werden wir nachher auch verwenden. Und ich habe ein paar Kräuter mitgebracht, beziehungsweise entsprechende Stoffe, die wir hier verwenden wollen in unserem heutigen magischen Arbeiten. Hier in diesem ersten Gefäß, das ist Chili. Ziemlich scharfes Chili. Du könntest, wenn du kein Chili hast, auch stattdessen Pfefferkörner verwenden. Dann habe ich hier Wacholderbeeren. Haben wir Beifuß. Und haben noch Angelika-Wurzel. Angelika-Wurzel ist aber auch keine Voraussetzung. Wenn du jetzt keine Angelika-Wurzel hast, die sich allerdings sehr gut eignet, dann überleg dir, ob du dir etwas davon besorgen möchtest oder du ersetzt es beispielsweise durch Wabene, das ist Eisenkraut. Das eignet sich auch sehr, sehr gut. Gut. Dann habe ich hier noch ein paar kleine Spiegelstücke. Schau her. Die werden wir allerdings nicht verwenden. Ich habe sie aber als Erinnerungsstütze für mich hierher gelegt, weil du könntest Spiegel, kleine Spiegelteile sehr gut noch zusätzlich verwenden bei deiner Zauberei. Ich habe jetzt leider keine zur Verfügung, die von der Größe her passen würden. Man kann natürlich Spiegel auch zerbrechen. Und es ist nicht der Aberglauben, der mich hier abhält, sondern diese Spiegel sind auf der Rückseite mit einer Klebefolie versehen. Und wenn du die dann zerbrichst, dann klebt natürlich trotzdem alles dran. Und entsprechend ist das nicht wirklich das, was ich hier verwenden möchte. Ja, und dann kommen wir natürlich zu unserem Salz. Das ist Salz, so wie du es auch vermutlich hergestellt hast. Das ist also das Salz, das sich im späten Vollmond, also sich bereits leicht in der abnehmenden Phase befunden habe, in das Mondlicht gestellt habe. Und jetzt kann dieses Salz hier verwendet werden. Ich verwende diese sehr dünne Kerze heute hier in diesem Ritual aus einem Grund eigentlich, weil ich nämlich dann im Anschluss nicht allzu lange warten muss, bis die Kerze wirklich heruntergebrannt ist. Denn eine Kerze, die wir in diesem Ritual verwenden, die soll bitte bis wirklich ganz zu Ende brennen. Also sie soll nicht vorher gelöscht werden, schon gar nicht ausgeblasen. Also man bläst in der Magie keine Kerzen aus. Ja, und von da habe ich mich für diese Kerze entschieden, die wirklich relativ schnell herunterbrennt. Und die es mir eben möglich macht, dieses gemeinsame Ritual mit dir auch entsprechend korrekt zu beenden, indem die Kerze bis ganz herunterbrennen darf. Du kannst natürlich auch eine große Kerze nehmen. Du siehst, die Kerze ist schwarz. Und das würde ich dir auch empfehlen. Also eine schwarze Kerze kann man sehr gut verwenden, immer wenn es ums Thema Schutz geht. Wenn du dich gar nicht wohlfühlst mit einer schwarzen Kerze und dir das einfach unheimlich ist und du dich merkwürdig fühlst, dann kannst du auch eine andere Farbe verwenden. Allerdings ist hier dann ein sichtbares Signal zu erkennen, dass hier eine Thematik im Schattenbereich liegt, mit der du dich ruhig einmal beschäftigen sollst. Also von daher dieser zusätzliche Hinweis. Ganz generell gilt, wenn wir über solche magischen Themen sprechen, dann gibt es sehr häufig Themen, die dann wieder andocken, wenn wir über bestimmte Themen sprechen. Und das führt dann dazu, dass ich manchmal ein bisschen ausführlicher werde in diesen Erklärungen. Aber ich denke, das ist auch wirklich wichtig und gut. Und nimm diese Hinweise auch auf und vielleicht notierst du das ein oder andere. Möglicherweise taucht dieser Hinweis später nicht mehr auf oder du bekommst es möglicherweise nicht mit, wenn darüber gesprochen wird. Aber wenn hier bestimmte Hinweise kommen, wie beispielsweise, dass in der Magie eben Kerzen nicht ausgeblasen werden, dann ist das etwas, das du dir merken kannst und das dir dann eben in allen kerzenmagischen Aktivitäten im Gedächtnis bleiben kann. Gut, was haben wir hier noch auf dem Teller? Ja, das Salz, das habe ich schon erwähnt. Jetzt haben wir nur noch eine Utensilie. Und schau hier, das ist so eine ganz normale schwarze Christbaumkugel. Naja, damit ist sie vielleicht nicht mehr so ganz üblich. Die meisten Christbaumkugeln sind ja nicht schwarz, aber man kann ohne Probleme so eine Kugel bekommen. Und die wird nachher das Gefäß werden, indem wir unsere entsprechende hier hergestellte magische Mischung aufbewahren, die eben für den Schutz sorgen soll oder die eben eine Atmosphäre des Schutzes erzeugen soll. In diesem Zusammenhang habe ich noch etwas Interessantes zu zeigen. Diese Christbaumkugeln um das vielleicht noch mal kurz aufzugreifen, gibt es natürlich in unterschiedlichen Qualitäten und hier habe ich mich für eine Kunststoffvariante entschieden. Das widerspricht ein bisschen meiner Einstellung, aber ja, diese Kugel hat natürlich auch den ganz großen Vorteil, dass sie eben sehr stabil ist und robust ist. Und ich wollte eine Kunststoffkugel verwenden, um gleichzeitig dir auch mitzuteilen, ja, das ist kein Problem. Du kannst auch eine Kunststoffkugel verwenden. Wir werden darüber an anderer Stelle noch sprechen, inwieweit bestimmte Gegenstände künstlich erzeugt sein dürfen oder inwieweit man bestimmte Gegenstände verwenden kann, die vielleicht einfach aus der Industrie stammen und vielleicht deswegen nicht diese nötige Qualität mitbringen. Was muss man selber basteln? Was kann man direkt verwenden? Das wird auch noch mal Thema werden. Ich kürze das heute hier ein bisschen ab. Eine Kunststoffkugel ist durchaus in Ordnung. Wichtig ist, dass du sie öffnen können musst. Ich habe schon eine kaputt gemacht, muss ein bisschen vorsichtig sein. So, aber hier ist es gelungen und hier oben haben wir jetzt eine Öffnung. In die können wir später dann das von uns produzierte Schutzmaterial einbringen. Das magische Material, das hier eben diesen Schutz unterstützen soll. Es gibt durchaus natürlich eben eine Vielzahl solcher Kugeln und sie bieten uns die elegante Möglichkeit, sozusagen anzuknüpfen an der Historie der sogenannten Hexenkugeln. Und diese Hexenkugeln, die hat man früher zum Teil verwendet, um sich gegen oder vor Hexen zu schützen. Man hat sie aber auch natürlich verwendet, wenn man selber magisch gearbeitet hat, ganz generell, um einfach bestimmte Energien fernzuhalten. Und wenn natürlich jemand sich mit einer Hexenkugel vor Hexen schützen will, dann ist das natürlich mehr als paradox. Das widerspricht sich natürlich. Denn diese magische Arbeit, die hier getan wird, die ist ja genau das, was den Hexen nicht nur unterstellt wird, sondern es wird ihnen ja auch unterstellt, dass sie mit dieser Arbeit eben böswillig agieren. Und naja, du ahnst das schon. Darüber werden wir natürlich noch ganz ausführlich zu sprechen haben. Jetzt fangen wir aber gleich an mit unserer magischen Arbeit. Und eine magische Arbeit in dieser Form solltest du immer damit beginnen, dass du eine Reinigung durchführst. Und zwar eine Reinigung all deiner Utensilien. Alles, was du verwendest, sollte energetisch gereinigt werden. Alles, was wir hier auf dem Tisch haben und was wir hier verwenden wollen. Und eine der einfachsten Möglichkeiten der Reinigung ist das Räuchern oder das Verwenden von Rauch. Ich habe es dir schon gesagt, ich verwende heute so ein Räucherstäbchen. Du kannst aber auch ganz wunderbar ein entsprechendes Räuchergefäß vorbereiten, in das du ein bisschen Sand gibst. Und auf diesen Sand dann ein entsprechendes glühendes Kohlestück bekommst du in jedem Shisha laden. Lass es gut durchglühen und dann kannst du deine Rauchkräuter darauf streuen. Und Reinigungsrauchkräuter, die du sehr gut verwenden kannst, sind beispielsweise, ist beispielsweise Beifuß oder auch Eisenkraut, eignet sich sehr, sehr gut. Du kannst aber auch Weihrauch verwenden. Weihrauch wird eben auch klassischerweise verwendet. Und wenn du ein neutrales Verhältnis zu Weihrauch hast, dann kannst du den auch gut verwenden. Die andere Variante wäre eben auch Kieferharz. Auch das lässt sich gut verwenden. Es gibt eine ganze, ganze Reihe von Rauchkräutern, Rauchharzen und ich verwende hier eben Drachenblut. Und ich mache das in Form dieses Räucherstäbchens auch deswegen, weil man das einfach sehr gut jetzt hier vor der Kamera benutzen kann. Und alles, was wir hier sehen, wird jetzt von mir gereinigt. Und wir beginnen damit, dass ich das Räucherstäbchen hier entzünde. So. Da kann man ruhig auch mal ein bisschen blasen, denn das Räucherstäbchen beginnt ja dann erst richtig zu arbeiten. Du siehst es jetzt. Und diese Platte hier unten, die wird auch von mir gereinigt. Das habe ich eigentlich schon vorher getan. Und somit können wir jetzt mit den Utensilien beginnen, die sich hier befinden. Und wir fangen ganz einfach mal an mit diesem Kochlöffel, von dem ich aber noch nicht mal wirklich weiß, ob wir ihn brauchen. Und ich drehe den so dabei und führe ihn durch den Rauch. Und normalerweise würde ich auch was dazu sagen. Es gibt natürlich immer magische Formeln oder Sprüche, Zaubersprüche, die aufgesagt werden können. Und man kann beispielsweise sagen, ja, mit diesem Rauch reinige ich dich von allen Anhaftungen. Und alles, was hier störend sich auf mein Ritual auswirken könnte, das wird auf diese Art gereinigt. Man kann es dann natürlich auch noch visualisieren. Das heißt also, man kann sich entsprechend dann noch mehr einbringen, auch energetisch, den Fokus darauf setzen, was du tust. Ja, nicht mit dem Gedanken jetzt bei irgendetwas anderem sein, sondern dich auf das konzentrieren, was jetzt hier gebraucht wird. Ich mache das dann auch mit meinem Löffel und ich mache das immer wieder. Auch wenn Dinge neu sind, müssen die auf jeden Fall gereinigt werden. Magische Gegenstände, die du ständig verwendest, sollten zusätzlich auch noch geweiht werden. Aber das ist ein eigenes Thema und ein richtiger, vollständiger Weiheprozess, der ist aufwendig. Ja, der geht über einen langen, langen Zeitraum. Und das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Und das ist auch in diesem Zusammenhang dann wirklich nicht nötig. Ja, ich müsste jetzt nicht unbedingt hier auch noch diese Halterung für das Räuchergefäß. Aber da ich hier alles, was so auf diesem Tisch steht, irgendwo ja auch in gewisser Weise mit einbeziehe, mache ich das auch. Wenn du jetzt beispielsweise in einem klassischen Kreis magisch arbeiten würdest, dann ist alles, was du in diesen Kreis mit hineinbringst, natürlich auch ein Teil deiner rituellen Arbeit. Und deswegen solltest du das dann auch entsprechend mit einbeziehen in die Reinigung. Ja, wir fangen an. Ich könnte natürlich jetzt hier diesen Beifuß theoretisch auch herausnehmen und könnte ihn reinigen, wenn er jetzt beispielsweise in Form eines Beifußsträußchen vorhanden wäre. Aber der Beifuß selber ist zum einen ein sehr energetisches Kraut. Und ich habe natürlich auch vorher das Gefäß innen gereinigt, als ich den Beifuß hereingegeben habe. Und das tue ich jetzt nur nochmal, um irgendwelche Anhaftungen einfach hier klein zu halten. Ich stelle mal die Dinge, die ich hier schon bearbeitet habe, zur Seite. Ich lasse mir jetzt ein bisschen weniger Zeit, als ich das normalerweise tun würde. Weil das gehört durchaus schon zur magischen Arbeit dazu und hilft auch, dass durch dein Bewusstsein, genau wie dein Unterbewusstsein, ein Stück weit in diese magische Handlung hineinbegeben kann. Das hat dann was Besonderes. Das ist wie jemand, der beispielsweise auch in die Kirche geht und dort eine besondere Atmosphäre spürt, möglicherweise. Das hat immer etwas natürlich auch mit der eigenen Ausrichtung und mit den eigenen Paradigmen zu tun. Unser Chili noch. Chili ist auch ein sehr mächtiges Mittel in der Magie, genauso wie Pfeffer. Sehr häufig im Schutzbereich verwendet. Wir hätten übrigens, was wir sehr gut noch hier hätten verwenden können, was du auch verwenden kannst, wenn du kein Anika-Kraut hast, da Anika, sage ich schon, Angelika-Wurzel hast, dann wäre ein anderes gutes Rauchkraut auch Brennnessel. Da könnten wir auch Brennnessel stattdessen verwenden. Ja, dann kommen wir mal zu unserer Kugel. Machen wir mal, dass da ein bisschen was auch an Rauch in die Kugel hinein gerät. Ja, und im Zweifelsfall ist eben auch diese Reinigung tatsächlich in der Lage, bestimmte störende energetische Einflüsse zu minimieren. Wir machen natürlich natürlich in einem solchen Ritual noch viel mehr, was auch nachher eben idealerweise dann gut funktioniert, wenn wir es mit neutralen Energien zu tun haben und nicht irgendwelche Aufladungen vorhanden sind, die unserer eigenen Arbeit entgegenstehen. Das Salz braucht im Grunde genommen keine Reinigung, weil es selber für das Thema der Reinigung steht. Aber trotz alledem, ich führe auch das Gefäß mit dem Salz hier nochmal durch den Rauch. Und das kann man natürlich sehr viel ausführlicher machen. Man kann es sehr viel ritueller durchführen. Aber wir stehen nicht nur am Anfang, sondern wir wollen ja auch ein Ritual durchführen, mit dem wir in allererster Linie jetzt erst einmal einsteigen wollen in diese ganze Thematik. Es gibt noch etwas zu sagen in diesem Zusammenhang. Wenn wir jetzt so ein Ritual durchführen, dann kann man das, wie ich es eben schon gesagt habe, sehr stark ausbauen und kann einen sehr großen Aufwand auch treiben. Aber man kann bestimmte Dinge auch wirklich sehr einfach durchführen. Ich habe schon Rituale gesehen von sehr starken Magiern, die im Hinterhof in einem schmutzigen Schrank ihre Utensilien aufbewahrt haben und haben die dann da auf den Betonboden gestellt und haben ihr magisches Ritual durchgeführt. Das geht durchaus. Aber wir wollen ja hier gerade am Anfang die Abläufe kennenlernen. Und wenn du später mit deiner eigenen magischen Kraft, mit deiner eigenen magischen Energie so viel Kraft in dieses Ritual und auch in die entsprechenden magischen Qualitäten hineinbringst, dann kannst du damit im Grunde alles ausgleichen. Du kannst also wirklich sehr viel einfacher arbeiten, als es am Anfang den Anschein hat. Aber am Anfang musst du diese Aspekte eben kennenlernen, auch um in dir selber dann diese magischen Kräfte erst nach und nach zu entwickeln. Ja, dann haben wir unsere Kerze. Die habe ich hier schon entsprechend vorbereitet, indem ich sie hier in diesem Halter dadurch festgemacht habe, dass ich den Wachs ein bisschen warm gemacht habe und habe sie dann da unten fixiert. Und entsprechend ist diese Kerze jetzt auch nochmal gereinigt. Ja, und die Spiegel, die benutzen wir nicht, aber ich werde sie, weil sie hier liegen, jetzt doch mal kurz hier durch den Rauch führen. Und die lege ich dann auch hier zur Seite. Wie gesagt, die brauchen wir nicht. Und hier haben wir noch den Verschluss von unserer Kugel. Bleibt am Ende nur noch das Lavendelöl. Ja, ein Lavendelöl ist ein ganz wunderbares Öl, das wir magisch verwenden können für viele Arten von Magie. Passt aber eben auch sehr, sehr gut zum Thema Schutz. Auch da gibt es eine ganze Reihe von alternativen Möglichkeiten. Ich habe natürlich auch Dinge herausgesucht, von denen ich meine, dass du relativ leicht darauf Zugriff hast, ja, dass du die leicht verwenden kannst. Und wie gesagt, du brauchst hier nicht Drachenblut zu verwenden, um diese Reinigung durchzuführen, sondern du kannst ganz simpel und einfach auch den Beifuß verwenden, den du auf die glühende Kohle gibst oder den du beispielsweise auch in einem System Räucherstöfchen verbrennst beziehungsweise räuchern lässt, das mit einem Teelicht funktioniert. Also das geht natürlich auch und du führst dann entsprechend die Utensilien dort durch den Rauch. Ja, nachdem wir das gemacht haben, sind wir schon einen Schritt weiter und wir können uns jetzt tatsächlich um die eigentliche Zauberei kümmern. Ganz generell ist diese Art von Zauberei sehr gut in den Phasen des abnehmenden Mondes durchzuführen. Wir nehmen das jetzt auch auf in genau einer solchen Mondphase und ja, von daher passt es gerade und wenn du es wirklich einmal nicht anders bewerkstelligen kannst, dann kannst du natürlich auch diese entsprechende Zauberei durchführen, wenn der Mond gerade zunimmt. Aber, und das habe ich ja schon immer wieder einmal gesagt, versuche einfach möglichst alles in einer unterstützenden energetischen Umgebung, in einer unterstützenden energetischen Zeitqualität durchzuführen, denn das begünstigt das, was du tust. Du reitest sozusagen auf der entsprechenden energetischen Welle. Ja, jetzt lass uns anfangen mit dem eigentlichen Vorbereiten unseres Schutzes. Und dazu brauchen wir auf der einen Seite unseren Mörser. Du kannst aber natürlich auch einfach einen Topf verwenden. Wichtig ist, dass er ein bisschen stabil steht. Warum? Das wirst du nachher sehen. Und in diesen Topf, da geben wir unser Salz hinein. Also das Salz, das du eben entsprechend vorbereitet hast. Du siehst, ich habe jetzt so keine riesige Menge da hineingegeben, einfach aus dem Grund, weil ich ja auch nur mit dir eine einzige Kugel hier vorbereiten möchte. Und entsprechend ist die Kapazität gar nicht gegeben. Du musst die Kugel auch nicht vollkommen füllen bis zum Rand. Dann würde sie auch sehr schwer werden und dann würde sie möglicherweise auch aus dieser kleinen filigranen Halterung herausrutschen. Also das ist natürlich auch alles entsprechend zu berücksichtigen. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, ganz am Anfang des Videos. Ich habe eine Alternative zu so einer Kugel auch gefunden. Das will ich dir noch mal ganz kurz an dieser Stelle sagen. Nämlich, und das zeige ich dir gleich mal, diese Art von, ja es ist gar keine Weihnachtskugel. Guck mal, da ist unten noch das Preisschild dran. Ja, da kann ich dir auch gleich sagen, was es kostet. Also die habe ich nämlich gerade erst gekauft und zwar bei Depot und du siehst, die sind unten flach. Der Hintergrund ist, dass man die hinstellen kann und dann ist mir aufgefallen, dass oben in dieser, in diesem Verschluss, der übrigens mit einem richtigen Gewinde versehen ist, schau her, dass in diesem Verschluss ein Loch ist. Und da habe ich gedacht, da muss irgendwo, muss da noch so ein Haken sein, den man da da reinsetzt, damit entsprechend, ich stelle das mal hierher, dann kannst du dir das anschauen, damit entsprechend dieses Ding auch angehängt werden kann. Und meine Frau sagte, nee, nee, die soll gar nicht aufgehängt werden. Da wäre sie, unten wäre sie sonst nicht flach. Und dann haben wir rausgefunden, du wirst es kaum glauben, das ist eine Art Glas. Und durch diese Öffnung soll ein Strohhalm gegeben werden, der dann, ja, der dann dazu verwendet werden kann, die entsprechende festliche Eindeckung des Tisches noch mit einer solchen Kugel zu ergänzen, die dann aber in der Wahrheit ein Trinkgefäß ist. Ja, finde ich ein bisschen merkwürdig, aber für unsere Zwecke wäre das auch eine sehr schöne Alternative zur Christbaumkugel, denn die ist tatsächlich hier aus Glas und die kannst du natürlich ganz wunderbar an die entsprechenden Stellen hinstellen, die wir besonders schützen wollen. Was wäre das? Ja, das sind beispielsweise Türen, das sind beispielsweise Fenster, einfach Zugänge zum Haus. Und jetzt sage ich dir auch noch, mit Brille, was dieses Ding hier kostet. Leider gibt es die aber auch nicht in schwarz. 3,99 Euro. Gibt es leider nicht in schwarz, sondern gibt es in Gold, gibt es in Rot. Und Gold beispielsweise könnte man wunderbar verwenden, also man könnte dieses Ding wunderbar verwenden für einen Geldzauber. Ja, also ein Geldzauber, das werden wir sicher hier auch mal als Thema aufgreifen. Wenn du es möchtest, dann hinterlasse einen Kommentar und dann werde ich mal über einen Geldzauber sprechen. Und da passt zum Beispiel diese Farbe Gold ganz wunderbar. Und es gibt auch noch andere Varianten. Warte mal, ich habe mir noch, ach guck mal, das ist auch noch eine ganz tolle Kugel, die wollte ich dir auch noch zeigen. Schau mal hier, das ist auch eine richtig edle, aus Glas relativ dünn erzeugte Kugel und die hat so diese Gründominanz. Und Grün, das ist auch eine klassische Farbe für einen Geldzauber. Ja, also das wäre auch eine ideale, wirklich schöne Kugel, die habe ich auch extra gekauft, damit wir damit mal so ein bisschen arbeiten können. Ja, also die würde sich zum Beispiel ideal auch für einen Geldzauber eignen. Also guck einfach, jetzt haben wir noch eine gute Gelegenheit und vielleicht gibt es sogar schon Sonderangebote. Wir sind ja kurz vor Weihnachten. Also das wäre wunderbar geeignet für so einen Geldzauber. Nicht so sehr für unsere Art von Schutzzauber, die wir ja hier durchführen wollen. Da ist unsere schwarze Plastikkugel tatsächlich besser geeignet. Du könntest übrigens, damit ich das nicht vergesse, diese Kugel auch noch bemalen mit beispielsweise magischen Zeichen, wenn du welche kennst. Du könntest zum Beispiel auch eine Rune aufzeigen, zeichnen. Runen sind aber sehr mächtig und ich möchte im Grunde genommen das Runenthema ein bisschen zur Seite stellen. Ich hatte hier überlegt, ob wir eine Rune hier mit integrieren wollen. Aber wir fangen erst mal so an und nähern uns dann diesen spezifischen Themenbereich. Auf jeden Fall eine schwarze Kugel für uns ideal. Und jetzt geht es wieder weiter mit unserem Salz beziehungsweise unserer Aktivität. Und jetzt wollen wir ja wirklich magisch arbeiten. Und deswegen werde ich jetzt auch schon eine entsprechende schwarze Kerze entzünden. Kann ich ruhig an der anderen Kerze anzünden. So. Ich muss natürlich hier sowieso ein bisschen Kompromisse machen, damit ich hier agieren kann. Das ist alles hier ein bisschen eng. Das ist bei mir auf meinem Schreibtisch und ich hoffe, ich gebe mir da mal eine Rückmeldung, dass das alles gut zu sehen ist und dass diese Art der Präsentation auch genau passend ist für das, was wir hier tun wollen. Ja, jetzt haben wir die Kerze angezündet. Normalerweise würde ich das auch mit einem entsprechenden Ritual begleiten. Was ich aber auf jeden Fall immer empfehlen würde, ist, wenn du so eine rituelle Kerze entzündest, dass du dich ein bisschen verbindest. Dass du dich darauf konzentrierst und dass du noch einmal im Kopf, im Geist oder noch besser ausgesprochen formulierst, worum es hier geht. Ja, also das könntest du jetzt vielleicht sagen, indem du sagst, ich führe dieses Ritual durch, um Schutz zu erlangen vor allen negativen Einflüssen und Kräften und ich bitte die geistige Welt um Unterstützung. Ich würde das so nicht formulieren, einfach deswegen nicht, weil ich viel spezifischer schon magisch arbeite und spezifische Kräfte auch integrieren würde, aber das ist absolut so in Ordnung und ja, wir steigen in diese Thematik ein und ich erwähne das ja auch nur deswegen, weil der eine oder andere sagt, ja, aber da könnte man doch dies oder das machen. Ja, könnte man, aber wir wollen ja hier zu einem Ergebnis kommen, das funktioniert, ohne dass wir zu kompliziert werden. Über die Effektivität dieser Anwendung werden wir sowieso noch sprechen. Ja, was brauchen wir? Was brauchen wir? Wir brauchen unsere Kräuter und von denen gebe ich jetzt etwas zu, diesen Salz dazu und selbstverständlich kann man das auch entsprechend begleiten mit den entsprechenden Hinweisen, indem man die jeweiligen Kräuter um Unterstützung bittet, sagt dies Angelika, Wurzel mag meine Zauberei, meine Magie unterstützen und alles, was schädlich ist und nicht wohlwollend zu mir gelangt, abzuwehren und mein Heim, mich und meine Lieben zu schützen. Jetzt geben wir noch hier von unserem Beifuß dazu. Du siehst, ich mache das so ein bisschen einfach, nicht wirklich jetzt mit einem genau abgemessenen Größenordnung. Bei den Wacholderbeeren, da bietet es sich an. Üblicherweise ist hier zum Beispiel die 7 eine gute Zahl, das kommt aber ein bisschen darauf an. Wir haben jetzt beispielsweise im Magiekurs auch einen Zauber besprochen, der geht über einen Zeitraum von 9 Tagen, da haben wir dann 9 Wacholderbeeren genommen. Jetzt nehmen wir hier 7, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Eine sehr magische Zahl, sie verbindet die spirituelle und die weltliche Welt, könnte man sagen, die materielle Welt miteinander. Ja und dann fehlt uns noch unser Chili. Da braucht man nicht ganz so viel. Ja und wir könnten eben hier noch Brennnessel beispielsweise dazu packen. Das würde auch noch von der Energie sehr gut passen. Die Brennnessel ist eine sehr wehrhafte Pflanze, ist dem Mars zu geordnen. Der Mars widersteht auch für Kraft, aber auch für Wehrhaftigkeit, hat eine sehr eigene, sehr starke Energie. Was wir jetzt auf jeden Fall natürlich noch dazugeben, ist unsere Lavendelöl. Und da reichen ein paar Tropfen, ich nehme auch 7 Tropfen, 3, 4, 5, 7. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich 7 waren. Ich habe meistens meine Öle in einem eigenständigen Gefäß, das ich mit einer Pipette versehen habe, dann kann man da noch viel genauer dosieren. Ja, jetzt haben wir unsere entsprechenden Stoffe hier dazugegeben und jetzt geht es oder gilt es das aufzuladen energetisch. Jetzt wollen wir diesen Schutz, diese Schutzqualität erzeugen. Das ist eigentlich das ganz Wesentliche, das die Magie eben auch ausmacht, dass wir unsere Energie übertragen mit unseren entsprechenden Absichten auf das, was wir hier eben in diesem Gefäß jetzt vor uns haben, unsere Kräuter, unser Salz. Und das kann man auf sehr unterschiedliche Art und Weise tun. Das kann man sehr aufwendig gestalten. Und eine solche Aktivierung kann in unterschiedlichen Formen stattfinden. Ich werde dir jetzt gleich eine ganz einfache Form aufzeigen, wie wir diese energetische Aufladung jetzt hier bewerkstelligen wollen. Aber, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wir erzeugen damit nicht die maximale Power, nicht die maximale Kraft, die in so einem Zusammenhang möglich wäre. Also das, was wir jetzt hier an energetischer Aufladung dazugeben, entscheidet ganz wesentlich über die Stärke, die dieser Schutz nachher haben wird. Aber, um das jetzt auch in aller Deutlichkeit zu sagen, selbst wenn du nur diese Stoffe in dieser Form jetzt einfach in deine Kugel geben würdest, hast du eine gewisse Schutzwirkung. Wenn wir das aber jetzt gleich noch mit einem weiteren zusätzlichen Aspekt ergänzen, wie ich es dir gleich zeigen werde, dann steigern wir diese Schutzwirkung ganz, ganz, ganz erheblich. Die ideale Möglichkeit wäre, wenn du jetzt eine Weihe durchführst für diese Stoffe, beziehungsweise schon im Vorfeld durchgeführt hättest und jetzt diese Stoffe energetisch auflädst. Dazu schaffst du einen Energiefluss, der angefangen vom Wurzelschakra über die verschiedenen Chakren hinaus bis hoch zum Kronenchakra diese Energie in Fluss bringt, die du dann hier auf entsprechend diese Stoffe überträgst. Das ist eine magische, übliche Technik in diesem Zusammenhang und selbstverständlich werden wir auch darüber sprechen. Aber es ist auch etwas, das mit Übung verbunden ist und nicht einfach so leicht durchgeführt werden kann. Deswegen orientieren wir uns jetzt einfach an der simpelsten und einfachsten Möglichkeit, wie wir hier so eine Aufladung erreichen können, auch wenn die nicht ganz so stark ist. Ich habe dafür diesen Zettel vorbereitet und ich lese dir vor, was ich auf diesen Zettel geschrieben habe. Ich zeige ihn dir auch mal. Ich glaube, das kann man nicht sehen. Ja, so ein bisschen. Ich lese es jedenfalls vor und du kannst diesen Text so übernehmen, du kannst ihn ein bisschen anpassen, du kannst ihn magischer machen, indem du vielleicht daraus auch Reime erzeugst. Aber ich habe ihn bewusst so simpel gehalten, damit wir ihn hier eben auch als einfache Vorlage verwenden können. Geschützt sei dieses Haus und all seine Bewohner und wohlwollenden Kräfte und alles, was von Übel sei, sei verbannt. So sei es, so sei es, so sei es. Damit hast du einen Teil deiner Energie und deiner Absicht hier in diese materielle Welt gebracht. Du hast was aufgeschrieben und am besten sprichst du es auch noch einmal aus. Jetzt an dieser Stelle. Geschützt sei dieses Haus und all seine Bewohner und wohlwollenden Kräfte und alles von Übel sei verbannt. So sei es, so sei es, so sei es. Und am besten sagst du es dreimal. Geschützt sei dieses Haus und all seine Bewohner und wohlwollenden Kräfte und alles von Übel sei verbannt. So sei es, so sei es, so sei es. Und wenn du das getan hast, verbrennen wir dieses Papier und wir entzünden das mit der schwarzen Kerze und halten das hier rein. Wir können es hier zur Not auch diesen Löffel zu Hilfe nehmen, dass auch wirklich alles verbrennt. Manchmal dauert das auch ein bisschen. Es glimmt hier noch. So der letzte Rest ist noch nicht ganz verbrannt. So, ich lasse mir jetzt bewusst hier ein bisschen Zeit. Du siehst, das kokelt noch und ich will das auch gerne noch am Leben halten. Wenn es jetzt nicht mehr angeht, dann kann ich es durchaus noch mal in die Kerze halten. Wenn es dreimal ausgehen würde, dann würde ich mir allerdings tatsächlich Gedanken machen und möglicherweise sogar das Ritual verschieben. Aber so ist es in Ordnung. Ich lasse das jetzt hier hineinfallen. Und dann nehme ich hier von meinem Mörser den entsprechenden Gegenpart, den Stößel und vermische alles. Und jetzt gibt es wieder etwas Grundsätzliches zu verstehen. Wenn du eine Energie aufbauen willst, dann drehst du im Uhrzeigersinn. Wenn du eine Energie abbauen willst, dann dagegen. Beim Schutz ganz generell, auch wenn du einen Schutz aufbauen möchtest, gilt es dennoch entgegen dem Uhrzeigersinn zu agieren. Und du rührst bitte in diesem Mörser, nachdem du alles so ein bisschen vielleicht noch zerstampft hast. Das kannst du im Vorfeld tun. Aber dann beginnst du die eigentliche energetische Aufladung dadurch, dass du das, was wir jetzt hier in diesem Mörser haben, umrührst. Und am besten wäre es, wenn du es 99 Mal umrührst. Das ist nicht so einfach. Ich empfehle dir, beim Umrühren laut zu zählen. Eins. Und dann kannst du immer, schau mal zum Beispiel, so machen, dass du machst eine Bewegung, eine halbe Bewegung. Eins. Und dann bei dem anderen, bis du wieder da hinkommst und dann zwei sagst, sagst du Schutz. Zwei. Schutz. Du kannst also das Hauptthema beispielsweise immer wieder benennen und aussprechen. Und dann entsprechend hier 99 Mal umrühren. Das Zählen hilft dir, konzentriert im Fokus zu bleiben. Wenn du nicht zählst, dann wirst du mit deinen Gedanken wahrscheinlich abschweifen. Aber hier geht es wirklich um die Aufladung. Konzentrier dich auf dieses Thema. Konzentrier dich auf die Thematik Schutz. Und dann rührst du um. Und wenn du 99 Mal umgerührt hast, entgegen dem Uhrzeigersinn, dann laden wir dieses Material noch einmal energetisch auf. Du machst es so gut du es kannst, indem du dich darauf konzentrierst und deine entsprechenden Affirmationen oder möglicherweise auch deine entsprechende magische Formulierung aussprichst. Und das solltest du ruhig auch laut tun. Du kannst es laut im Sinne von flüsternd sagen, aber nicht nur in Gedanken. Ich werde das jetzt hier auch machen. Ich werde allerdings das, was ich sage, nicht hörbar machen. Aber du solltest für dich selber deine eigene Form von magischer Aufladung nach und nach finden. Und am Anfang reicht auch aus, wenn du beispielsweise das, was wir eben verbrannt haben als Zettel, hier noch einmal wiederholst. Also lass uns anfangen. Und das ist jetzt, was ich ganz herzlich. Ja, damit haben wir unser magisches Material hergestellt. Man könnte deutlich mehr tun, aber das, was wir hier entsprechend getan haben, ist eine wunderbare Grundlage. Wir lassen jetzt entsprechend diese von uns vorbereitete magische Mischung noch so lange hier stehen, solange die Kerze eben entsprechend herunterbrennt, die von dir vorbereitete schwarze Kerze. Wenn die Kerze ganz heruntergebrannt ist, füllen wir das Material einfach in unsere entsprechende Hexenkugel, beziehungsweise unsere Weihnachtskugel, die wir dadurch zur Hexenkugel machen. Dabei gibt es nichts Besonderes zu beachten. Das heißt also, diesen Teil überspringe ich jetzt. Ich habe auch keinen wirklich funktionierenden Trichter und ich möchte auf jeden Fall entsprechend diese Mischung erst dann verwenden, wenn die Kerze ganz heruntergebrannt ist. Also machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause. Ja, die Kerze, die schwarze Kerze ist inzwischen heruntergebrannt. Und ich habe eben auch schon angefangen, etwas von der erzeugten Mischung in unsere Kugel einzufüllen. Aber ich zeige dir das auch nochmal. Oh, mein Mikrofon, du kannst es nicht sehen, aber ich habe das hier ein bisschen im Weg. Es ist alles einfach unhandlich hier. Ja, ich habe das ganz einfach gemacht hier mit so einem ganz kleinen Holzlöffel. Das kannst du ganz unspektakulär da einfüllen. Das ist hier mit der Wacholderbär das ein bisschen problematisch. Mal gucken, ob ich die da so reingeschubst kriege. Ja, ich glaube, das klappt schon. Ja, aber am besten wäre es natürlich, du würdest deine Kugel finden, die eine etwas größere Öffnung hat. Ansonsten nimm dir einfach ein bisschen Zeit. Ja, und die Kugel muss wirklich nicht voll sein, soll auch nicht voll sein. So 20, 25, 30 Prozent. Das ist die ausreichende Menge, die du hier hereingeben solltest. Wir haben noch einiges übrig hier, wie du sehen kannst. Das stellen wir mal zur Seite. Damit können wir noch was anderes anfangen. Aber noch mal ein paar ganz kurze Hinweise zu unserer entsprechenden Kugel, die wir jetzt bereits gefüllt haben und die wir theoretisch schon direkt einsetzen könnten. Du kannst selbstverständlich auf dieser Kugel auch noch magische Zeichen anbringen, beispielsweise eine Sigille, beispielsweise ein Pentagramm, beispielsweise eine Rune, die eben diese Schutzqualität noch verbessern könnten. Wenn du nicht so richtig weißt, was du hier tun kannst, dann könntest du relativ einfach ein Pentagramm verwenden. Ein Pentagramm ist ein ganz klassisches Schutzsymbol, spielt in der Magie eine sehr, sehr große Rolle und wird von vielen Menschen fälschlicherweise als ein bedrohliches Zeichen verstanden. Ich würde dir empfehlen, ein Pentagramm mit der Spitze nach oben hier zu verwenden, wobei im Schutz durchaus auch die umgekehrten Pentagramme ihre Anwendung finden können, ohne dass das gleich ein Hinweis ist, dass hier ein Schwarzmagier, wie man so oft formuliert, am Werk ist. Naja, über dieses Thema müssen wir sowieso noch ausführlich sprechen. Wenn dann am Ende tatsächlich deine Hexenkugel auch noch mit Zeichen versehen worden ist oder auch nicht, würde ich dir empfehlen, noch einmal etwas zu tun, um hier eine energetische Aufladung zu bewirken. Und diese energetische Aufladung lässt sich vom Prinzip hier genauso verwenden, wie wir es eben schon bei unserer Mischung getan haben, indem du deine energetische Kraft verwendest und deinen Willen verwendest, um hier noch einmal ganz deutlich die Aufgabe und die Thematik mit Energie in diese entsprechend von uns vorbereitete Kugel zu übertragen. Und wenn du nicht so wirklich weißt, wie du das tun sollst, dann würde ich an deiner Stelle einfach nur eine schwarze Kerze anzünden, ein bisschen für die entsprechende Stimmung selbstverständlich sorgen und würde mich während diese Kerze brennt, je nachdem, was für eine Brenndauer sie hat, ist es natürlich nicht notwendig, dass du bis zum Ende dabei bist, aber gerade am Anfang. Und vielleicht wiederholst du einfach die Affirmation, die du für dich gefunden hast oder verwendest den Text, den wir auf das Blatt Papier geschrieben haben und wiederholst den und versuchst, einfach mit deiner energetischen Kraft ganz bei diesem Thema zu bleiben und auch diese Energie in diese Kugel zu bringen, beispielsweise indem du das visualisierst, dir vorstellst, wie diese energetische Kraft ganz von unten über dein Wurzelschakra nach oben aufsteigt und dann durch das Kronenchakra wiederum zurückgeworfen zum dritten Auge, dann hier in Form eines Lichtstrahls beispielsweise in diese Kugel gelangt. Es gibt unterschiedliche Methoden, die hier verwendet werden können. Andere Methoden sind eben auch solche Kugeln zu weihen. Es gibt zum Teil sehr aufwendige Prozedere, die natürlich auch zum Teil für eine deutlich stärkere und höhere Energie im Ergebnis sorgen, gar keine Frage. Aber uns geht es ja erstmal darum, überhaupt einen grundsätzlichen Schutz aufzubauen. Und um hier noch eine stärkere Wirkung zu haben, würde ich eben hier noch einmal eine solche energetische Übertragung haben. Wenn du beispielsweise dich mit Reiki beschäftigst, dann kannst du diese Techniken, die du beim Reiki verwendest, auch verwenden, um eben hier deine Energie mit einzubringen und auch die unterstützenden Kräfte zu bitten, dir zu helfen, diese entsprechende Schutzenergie in diese Kugel und in diese Thematik mit einfließen zu lassen. Ja, dann kannst du deine Kugel, wie ich es auch vorhin schon angesprochen habe, am allerbesten im Zusammenhang mit Fenstern oder Türen zur Anwendung bringen. Also immer dort, wo Energie herein oder herauskommt. Anderes großes Thema, die sind die sogenannten Schwellen und Übergänge, beispielsweise Treppen oder ähnliches. Die sind eben auch in diesem Zusammenhang wunderbar auf diese Art und Weise zu schützen. Du kannst dir natürlich viele solcher Kugeln vorbereiten und kannst schon gleich von Anfang an in einem einzelnen Ritual eine ausreichende Menge an Material erzeugen, das du eben für mehrere Kugeln verwenden kannst. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir noch etwas übrig behalten haben von unserem entsprechenden Salz, von unseren entsprechenden Kräutern und unserem Öl. Ja, dann können wir das selbstverständlich auch noch an anderer Stelle verwenden. Und eine ganz einfache und wirklich schöne Methode ist, dass du dir ein sogenanntes Mojo-Säckchen produzierst oder herstellst. Das bedeutet einfach ein kleines Säckchen, ein kleines Stoffbeutelchen beispielsweise oder ein Lederbeutel. Im Zusammenhang mit Schutz würde ich dir auch hier die Farbe Schwarz empfehlen, in das du eben die Überreste, die an Material noch übrig geblieben sind, hereingibst. Und sollte die Menge, die übrig geblieben ist, auch dafür noch zu viel sein, naja, dann kannst du es tatsächlich auch noch entweder in einer kleinen Schüssel, einer kleinen Schale an die Haustür oder eben auch an die Fenster auf dem Fenstersimp stellen. Das sind die Hinweise, die ich dir in diesem Zusammenhang ergänzend auch noch geben wollte. Naja, und jetzt liegt der Ball sozusagen bei dir. Ich wünsche dir sehr viel Freude bei deiner Zauberei. Ganz grundsätzlich empfehle ich dir, einen solchen Zauber eher abends durchzuführen. Und über den Mondstand haben wir schon gesprochen. Es gibt viele weitere Einflussfaktoren, die wir noch berücksichtigen können. Aber das werden wir wirklich dann nach und nach in später folgenden Videos tun. Bis dahin soll das erstmal meine Anleitung gewesen sein. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Namaste und Namaskar.